Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Mario Kart 8 Deluxe Online. Ich habe neulich im Livestream eine kleine Frage bekommen und darüber wollte ich heute quatschen. Nämlich wurde ich gefragt, ob ich denn mal ein Video mit Facecam machen kann, beziehungsweise mal wieder. Und ich möchte heute ein bisschen über das Thema generell sprechen. Das ist in meiner YouTube-Welt in letzter Zeit ein bisschen interessanter geworden, seitdem der gute Benni eine Facecam verwendet in manchen Videos. Und Streams. Und jetzt wurde ich heute gefragt, ob ich auch eine machen kann. Und vorab, ganz knapp, die Antwort war nein. Also ich werde wahrscheinlich knapps die paar Zeit keine machen. Ich hatte früher mal ein paar mal eine. Es gibt Mario Land 2 Part. Es gibt, ähm, ich glaube, ne Didi Kong Racing Part. Bin mir nicht sicher. Ich glaube. Da habe ich eine Facecam. Aber an sich muss ich sagen, nee. Die Zeit, in der ich mich auf YouTube so vor die Kamera dränge, das ist ein bisschen vorbei. Aber wenn ihr mich unbedingt sehen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun. Ja, unfassbar. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, wo ich mir denke, hm, wäre schon ganz cool so eine Facecam. Zum Beispiel kann man dann natürlich ganz tolle Interaktionen machen. Man kann in die Kamera schauen. Das ist schon mal die erste Sache. Man kann irgendwelche Bewegungen machen. Man kann seine Aussagen unterstreichen. Und es gibt auch Videos, die funktionieren wahrscheinlich vor der Kamera einfach besser. Zum Beispiel, wenn man über irgendein Thema spricht, wo Mario Kart Gameplay oder so einfach nur ablenkt. Wo man sozusagen die Konzentration der Zuschauer möchte. Naja. Die Aufmerksamkeit, nicht die Konzentration. Läu, was? Hat mein gewinner Panzer noch getätet? Easy. War natürlich geplant. Für sowas ist natürlich eine Facecam ziemlich nice. Und auch natürlich, um die Emotionen zu sehen. Und wenn man immer nicht hier so macht, so, nein, oh mein Gott, und so weiter. Dann würde man das sehen. Das wäre schon cool. Aber andererseits, sagen wir es mal so, die Bedingungen für eine Facecam sind hier nicht unbedingt ideal. Also, jetzt gerade sitze ich am Schreibtisch, wäre jetzt gedacht. Und mein Fenster ist links neben mir. Das heißt, ich werde von links angestrahlt. Nicht von vorne. Sondern von links. Und das ist schon mal ziemlich doof. Außerdem ziehe ich ja bald um. Und je nachdem, wie dort mein Schreibtisch steht, wird es auch nochmal anders sein. Das heißt, ich müsste als allererst auch mal irgendwie eine interessante Kulisse hier haben. Weil wenn ich jetzt einfach nur im Hintergrund meinen weißen Kleiderschrank habe, ja, ein bisschen langweilig. Also irgendwas, irgendwas Kleines, aber geht hier halt gerade schlecht. Und jetzt sicher noch große Gedanken machen, bevor ich umziehe, macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Sagen wir es mal so. Das heißt, es gibt hier nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für eine Facecam. Und wenn ich eine Facecam machen würde, das ist sogar der Hauptpunkt, dann halt richtig. Ja, also am liebsten dann auch in Streams. Bloß dafür bräuchte ich halt tatsächlich eine Webcam. Jetzt für ein Video hier könnte ich auch mein Handy als Webcam verwenden. Aber für Streams ginge das halt nicht. Denn, ähm, was zum? Ich bin an der Blume da hingeblieben. Denn, ja, man kann sein iPhone nicht einfach an den PC anschließen als Webcam. Ich weiß nicht, warum. Bei einigen Android-Geräten geht es, aber bei iPhone leider nicht am Mac geht das. Aber ich stream nicht über den Mac. ETF. Ich glaube, dann brennt der. Aber Streams sind ja generell so eine Sache. Ach, das wird in nächster Zeit so kompliziert werden. In den letzten Tagen hatten wir ein paar Streams. Und da wurden wir tatsächlich auch Geld gespendet. Das war krass. Aber da nochmal Danke an der Stelle. Aber wie das so weitergehen wird in Zukunft der neuen Wohnung und so mit dem anderen Internet. Ah, es sieht nicht gut aus. Sagen wir es mal so. Es sieht nicht gut aus. Weil das Internet da wirklich kacke ist. Muss ich halt wieder mal Test-Streams machen. So, die meisten meiner Streams sind Test-Streams. Um Technik zu testen. Lol. Geiler Snipe. Geiler Snipe. Es trifft nichts. Es zählt alles nicht. Ich fasse es nicht. Alter, in zwei Tagen startet der Online-Service. Also für euch gesehen morgen. Morgen, alter, krass. Gut. Aber ansonsten... Ten... Alter. Irgendwie läuft es nicht. Ich habe wie gesagt Videos mit Facecam. Ich habe ein Reaction-Video auf dem Nintendo Switch. Habe ich auf dem Kanal. Das ist halt... Da sieht man sehr gut mein Fenster und warum das Ganze ein bisschen problematisch ist. Weil ich bin völlig... Nein, nicht überbelichtet, sondern der Hintergrund ist richtig hell. Also sieht echt ziemlich kack aus. Aber ich habe das auch einfach damals ganz schnell... Ich kam zurück von... Von unterwegs... Von unterwegs... Ging gesetzt, schnell Laptop an... Und... Schnell die Nintendo-Seite aufgerufen. Für den... Äh... Für das... Für den Trailer. So. Halt direkt meine... Meine Reaktion aufgenommen. Ich finde die Reaktion eigentlich gar nicht mal so... Gar nicht mal so unlustig. Ich finde die eigentlich relativ... Witzig. Ja, generell so Reaktion-Videos könnte man mit einem Facecam auch machen, ne? Also es gibt schon durchaus Gründe. Ich könnte auch jetzt so ein Reaktion-Video machen. Aber so ist es halt so ein bisschen... Hm. Das wäre halt schon irgendwie cool. Aber wie gesagt, das wäre halt auch ein gewisser Mehraufwand. Klar. Ähm... Der damit verbunden wäre. Und... Wie gesagt, das ist halt einfach nicht so... Das alles hier ist nicht so wirklich darauf ausgelegt. Vielleicht... Ja. Diese ganze... Wie das hier so aufgebaut ist. Bei mir im Zimmer und so weiter und so fort. Und ich... Hab grad Alzheimer. Haben wir schon drei Rennen gemacht? Haben wir schon drei Rennen gemacht? Ich muss mal kurz auf die Aufnahmezeit gucken, weil... Ich weiß das grad gar nicht. Sonst... Mach ich hier viel zu lang den Part. Ne, wir haben erst zwei. Gut. Komisch. Mir kam es vor wie drei. Aber ja, was ich auch gefragt wurde, ist... Ob ich mal PC-Spiele spielen kann. Das ist natürlich eine... Sehr spezifische Nachfrage. Also da weiß ich natürlich direkt, um was es geht. Wenn ihr einen Vorschlag habt. Zu irgendeinem Spiel. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm... Mir wurde dann halt noch vorgeschlagen, Minecraft-Mini-Games. Aber... Da muss ich halt sagen... Hm... So... Minecraft passt nicht so wirklich auf den Kanal. Finde ich. Das ist so ein bisschen meine Ansicht. Aber es gibt ja noch andere Games. Ich hatte mal überlegt, äh... Ein Lego-Star Wars-Spiel zu Let's Playen. So als meiner Kindheit zum Beispiel. Weil die kenne ich, die kann ich und so weiter und so fort. Aber... Ich habe die DS-Version nicht gut zum Laufen gekriegt. Von daher... Hm... Würde ich wahrscheinlich dann auf die PC-Version umsteigen. Muss ich mal gucken, ob der Optimum Bock drauf hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung. Dieser Part hier entsteht gewissermaßen unter Druck. Weiß nicht, ob man das merkt. Aber... Ja, der muss halt... Jetzt heute noch hochgeladen werden. Sonst wird das alles bisschen knapp. Also zumindest... Grandmaster werden. Auf jeden Fall. Ähm... Wie gesagt, wir werden in den kommenden Tagen irgendwann nochmal einen Stream machen. Vielleicht am Freitag. Muss man gucken. Oder auch am Samstag. Und da nochmal eine Runde Mario Kart spielen. Und dann mal checken, ob sich was an der Verbindungsqualität verbessert hat. Wobei, darüber werde ich ja eh reden. Also ich werde am Mittwoch mit dem Service holen. Und dann direkt einen Part aufnehmen. Sobald man online spielen kann. Ich weiß ja nicht, ob das da irgendwie eine... eine Zeit gibt, in der man nicht spielen kann. Weil da noch Updates gemacht werden. Whatever. Und dann werde ich gleich aufnehmen und mal meine erste Reaktion darauf festhalten. Weil ich bin doch gespannt, ob sich irgendwas verändert an der Qualität und so. Ich glaube nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sagen wir es mal so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber über den Online-Modus habe ich schon... Aua. Habe ich schon genug gerantet. Habe ich schon oft genug getan. So. Was auch glücklich sein kann, ist, dass in der nächsten Zeit mal irgendwann ein Stream mit dem Benni gemeinsam kommt. Ob bei ihm oder bei mir, das ist jetzt die Frage. Oder bei beiden. Keine Ahnung. Ähm. Weil danach wurde auch gefragt und so. Und... Ja. Warum nicht? Ist immer eine lustige Angelegenheit. Muss man halt bloß immer einen Termin finden. Das ist halt immer die Sache. Ähm. Bei mir geht bei dem Studium los. Benni ist in der Oberstufe. Das ist leider deshalb so, dass man nicht immer Zeit hat und nicht... Man findet nicht immer einen gemeinsamen Termin. Ja. Deswegen... Wir haben uns auch noch nicht abgesprochen. Also das ist der Hauptgrund, warum es noch kein Termin gibt. Aber das hat immer so ein bisschen kompliziert. Sagen wir es mal so. Mal gucken. Wird es bestimmt irgendwie geben. So. Was war noch... Irgendwas hatte ich noch auf dem Herzen. Irgendwas wollte ich noch besprechen. Irgendwas wollte ich noch besprechen. Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Verdammt. Das ist immer ein dummes Gefühl, wenn man eigentlich über irgendwas reden wollte. Dann vergisst man das. Wir haben einen Zyklopen in der Runde. Das ist krass. Darüber wollte ich aber nicht reden. Hurra. Äh. Hurra. Getrelle. Einige eigenartige Mies hier. Die da unten links. Dann der Zyklop. Ja. Du bist auch komisch. Danke fürs Spielen. Schönes Spiel. Ach man. Das liegt mir auf der Zunge. Aber ich komm nicht drauf. Naja. Was soll's. Wie gesagt. Ich kann es nochmal wieder sagen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen oder was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommis. Ich bin da leider immer sehr unkreativ. Wenn andere Leute das fragen. Fällt mir mal nie was ein. Ich hab schon genug Struggle für mich selber Themen zu finden. Ich hab ne Idee für ne kleine Videoreihe innerhalb des Mario Kart Let's Plays. Ob ich das umsetze. Muss man mal gucken. Hätte eigentlich schon Bock. Weil da hätte ich für mehrere Parts was äh. geplant. Die würden dann so ja jeden zweiten Part wird da oder jeden dritten oder jeden vierten würde da eine weitere Folge kommen. Klingt grad sehr spanisch für euch. Ich weiß nicht. Aber ich hab da was geplant. Ist cool. Hat was mit Konsolen zu tun. So. 150 Spiegel. Alles klar. Dann lass uns mal das Rennen hier noch fahren und dann das kommt mir vor, als ob das hier das sechste Rennen wäre. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist heute mein Dreckgefühl verschwunden. Aber es passiert halt auch momentan nicht viel Spannendes in meinem Leben. Muss ich ganz klar sagen. Es passiert nicht viel. Wo man irgendwie sagen kann Yo. Dauer mache ich einen Part. Noch nicht. Das geht demnächst wieder los. Könnt ihr mir glauben. Da kann ich theoretisch so täglich Updates dann machen. Das wird spannend. Muss man gucken, ob sie das anbietet oder ob die Themen nur für mich interessant sind und ich mir dann so denke Hm. Ich glaube die Zuschauer juckt das ja nicht. Das ist die Frage. Ich bin ja jemand ich schaue mir gerne solche Videos an wo Leute einfach von ihrem Tag erzählen. Ich finde das tatsächlich immer sehr interessant und auch irgendwie chillig dazuzuhören und so zu gucken hm wo sind Parallelen wo sind Unterschiede finde ich eigentlich immer ganz nett muss ich sagen bloß zu lang darf es halt auch nicht sein und für alle die die noch dran sind könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Hashtag Hallo noch dran oder sowas äh ich arbeite momentan an einem Discord Server oh ja demnächst werde ich wahrscheinlich mal so einen kleinen Invite Link auf Twitter posten und die die es sehen können dann reinkommen und es mal probetesten weil ich kenne mich selber nicht so gut aus und brauch da mal wen die mir ein bisschen hilfe ich jetzt schon Bock auf so einen Discord Server muss ich ganz ehrlich sagen so für News und Updates und so und für Freundescodes und so generell zur Kommunikation ich hab noch eine Hupe was zur Hölle wär schon geil aber wie gesagt da muss ich halt gucken ich kenne mich halt nicht wirklich gut mit Discord aus und bin mir nicht ich glaube ich alles bisher so verstanden habe wie es auch gemeint ist deswegen das kommt in nächster Zukunft ansonsten ja wenn ihr mich irgendwie kontaktieren wollt YouTube Kommentar Twitter per Direktnachricht das sind so die beiden Dinge die am meisten Sinn machen die YouTube PNs gibt es ja nicht mehr man kann auf YouTube irgendwie einen Messenger nutzen ich weiß gar nicht wie aber das ist ein anderes Thema danke fürs Zusehen im heutigen Party gehe jetzt schnell den Party schneiden und rendern und hochladen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder morgen mit einem Party über Nintendo Switch Online vermutlich krasse Sache gut dann bis morgen ganz gut mal draus und tschüss